Golf ist in, Golf scheint in Zukunft zu sein und wir sind hier im Go4Golf bei Milan Kunze und ich möchte von ihm wissen, ich bin ein Einsteiger, was brauche ich um richtig zu starten im Golf? Im Golf braucht es vor allen Dingen ein vernünftiges Golfset. Es gibt sogenannte Komplettsets, das bedeutet man kann alles in einem Paket kaufen. Zu solchen Paketen gehören Patte, Eisen, Färbehölzer und Treiber. Das ist jetzt richtig schnell gegangen. Was ist ein Patte? Patte sind die Schläge, auf die es darauf ankommt. Warum das? Der Ball muss am Schluss immer ins Loch und genau damit mache ich das. Und das Eisen? Das Eisen ist der Transportschlag. Das ist das, wo man das Kine anspielt. Das sind die Schläge, die man am Anfang trainiert, wenn man seine Golfkarriere startet. Jetzt sehe ich noch Fairway und Driver. Die sehen sehr ähnlich aus. Ist das für kleine und für grosse Leute oder was ist das? Den Driver spielt man grundsätzlich nur vom Abschlag, das heisst von diesen Tees, die man da mitbekommt. Und man kann in erster Linie sehr weite Schläge damit machen. Die Fairway-Hölzer sind für weite Schläge, wenn man auf dem Fairway steht, respektiv zwischendrin auch vom Abschlag. Kann ich jederzeit zu Golf4Golf kommen? Ist das jederzeit verfügbar? Es ist relativ einfach bei uns. Warum? Wir haben zwölf Monate im Jahr geöffnet. Wir haben ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir haben unglaublich viele Schläge am Lager. Ein Komplettset muss nicht teuer sein. Wir reden von Schlägern ab 400-500 Franken. Also alles ist bereit für einen guten Start. Herzlichen Dank!